ja hallo meine lieben geolieben tv zu sehr bei 30 grad plus und hier scheint die sonne ja so richtig herein nehme ich jetzt das video auf so quasi im angesichts meines schweißes ja die frage die ich mir heute so stelle was ist eigentlich los was ist hier wirklich los in der medienlandschaft vor allem was ist los mit dem thema 5g was passiert da gerade und vor allem wie werden wir fahren mit den medien informiert wie gehen die medien vor allem mit menschen um die a bisserl kritischer sind die bisserl kreativer in ihrem sein mit ihren gedanken sind als so viele andere wie gehen medien damit um es ist wirklich schön langsam zum haare aus rauf und das würde ich jetzt auch tun meine dann nicht so richtig blöd ausschauen würde ja diese berichterstattung die ist auffällig in den letzten letzten tagen vor allem mit über menschen die kritisch mit 5g vor allem auch umgehen aber natürlich auch mit anderen so genannten verschwörungsthemen ja ihr wisst wir schauen uns das wichtige des den inhalts der videos wie immer nach dem intro an ja hallo 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 meine lieben hier bin ich wieder der geo von geo leben tv und bewusst gesund bei geo wie gesagt es ist unglaublich auffällig wie in den medien mit unliebsamen themen umgegangen wird vor allem mit den menschen wie man darüber schreibt wie man sie betitelt und definiert gerade 5g wird er jetzt im zuge von der korona krise ja fast unbemerkt umgesetzt fast unbemerkt ja die sendemasten die schießen ja wie pilze aus dem boden und ich habe ja schon ein video darüber gemacht dass gerade in dem gebiet in dem ich hier in österreich lebe ja schon fleißig mit 5g experimentiert wird ist eines der ersten flecken hier in österreich wo man das schon installiert hat und hier einfach auch fleißig am probieren ist was für ein glück ich wohl hier nur habe ja dass die studieinlage zu 5g einfach sehr sehr knapp ist ja sehr dünn ist das wissen wir man kann das ganze halt nicht und sollte das ganze eigentlich auch nicht am menschen ausprobieren und austesten dass man hier wirklich auch mal richtige ergebnisse am tisch hat und trotzdem gibt es viele 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 hinweise ja natürlich auch studien die man eben gemacht hat wo man einfach leider gottes feststellen muss dass die anderen strahlen auch nicht gesund sind aber 5g noch viel viel schädlicher ist ja vor allem gibt es seit 2017 ein so genanntes moratorium das ungefähr 230 240 wissenschaftler man schlage mich tot bezüglich wissenschaftler und ärzte eben formuliert haben und ihm wie im folgenden eben auch auf die gefahren von 5g hinweisen einfach mal hingehört die schädlichen auswirkungen von hochfrequenter von hochfrequenten elektromagnetischen feldern sind bereits bewiesen über 230 wissenschaftler aus mehr als 40 ländern haben ihre ernsthafte besorgnis hinsichtlich der allgegenwärtigen und zunehmenden exposition gegenüber elektromagnetischen feldern durch elektrische und kabellose geräte geäußert schon vor dem zusätzlichen ausbau von 5g sie beziehen sich auf die tatsache dass zahlreiche aktuelle wissenschaftliche veröffentlichungen gezeigt haben dass sich elektromagnetische felder auf lebendige organismen auswirken bereits bei intensitäten die weit unterhalb der meisten internationalen und nationalen grenzwerte liegen zu den auswirkungen gehören ein erhöhtes krebsrisiko zellstress eine zunahme schädlicher freier radikale genschäden strukturelle und funktionelle veränderungen im fortpflanzungssystem leeren und gedächtnisdefizite neurologische störungen sowie negative auswirkungen auf das allgemeine wohlbefinden beim menschen schädigungen betreffen bei weitem nicht nur den menschen es gibt nämlich auch zunehmende hinweise auf schädliche auswirkungen bei pflanzen und tieren ja meine lieben das ist ja schon ziemlich aussagekräftig doch wir leben eben auch in einer zeit in der es einfach auch ganz normal ist dass eben brisante themen einfach umgesetzt werden wir die menschen werden in diese prozesse nicht einbezogen nicht gefragt nicht gehört nicht mal ängste und bedenken sind von interesse vor den wahlen sind natürlich gerade themen wie 5g nicht präsent da geht es um andere dinge da wird natürlich schaut dass den wählern die potenziellen wähler aber zuckerling schmissen werden aber über 5g diskutiert man da natürlich nicht wenn du zum beispiel in google 5g oder auch kritische fragen zu 5g googelst hoch eingibst dann kommen zuerst einfach mal seitenweise die anbieter der technologien die halt damit auch ihr geld verdienen ja und vor ein paar monaten noch wenn man das eingegeben hat da sind auch einige an kritische seiten zu finden gewesen da hat man auch bedenken nachlesen können da hat man blogs gefunden da hat man seiten gefunden hat man dieses und es gefunden das auch kritisch darüber berichtet oder zumindest sage ich jetzt mal weniger oder wertfreier darüber berichtet hat das passiert jetzt nicht mehr jetzt muss schon ein paar seiten weit blättern und dann auch wirklich die sogenannten kritischeren seiten zu finden warum wohl ja mir wundert das ganze nicht ja und zu 5g sind die gesundheitlichen fragen ja einfach auch nicht geklärt auch die WHO stuft die hochfrequenten magnetischen felder als potenziell krebserregend ein doch wen interessiert das schon da ist die WHO wahrscheinlich wieder nicht so richtungsweisend wie gerade jetzt in der coronakrise die einzigen die es interessiert das sind die sogenannten verschwörungstheoretiker das sind die rechtsradikalen das sind die impfgegner das sind die q anon anhänger und die vom weg abgekommenen prominenten ja es sind die ganzen leute die das interessiert aber wie gesagt die betitelt man eben dann auch so wie ich das eben auch gerade formuliert habe ja ich habe so was von satt permanent einfach mit einem narrativ mit einem paukenschlag als spinner als verschwörungstheoretiker als nazi abgestempelt zu werden nur weil ich dem leben und einigen gesellschaftlichen dingen halt einfach kritisch gegenüber stehe mensch seid doch froh ihr da oben dass es immer wieder kritische menschen gegeben hat solche die fragen gestellt haben die nicht alles blindlich geglaubt hätten wo wären wir denn hallo wenn es keine menschen gegeben hätte die fragen gestellt hätten ja ich bin einfach froh es ist ganz normal dem leben einfach auch kritisch gegenüber zu stehen die dinge zu hinterfragen ja ich bin froh ein maß an kritikfähigkeit ein maß an nachfragen ein maß an neugierde ein maß an wissen wollen warum gewisse dinge so sein sollen wie es die da oben jetzt einfach uns vorgeben ja ich bin froh dass ich so bin dass ich mir das auch erlernt habe auch kritisch eben auch zu sein zu hinterfragen ja als mensch mit gesunden hausverstand werde ich einfach automatisch mit wirklichen nazis mit kruden theorie verbreitern in einen topf geschmissen und das reicht einfach natürlich gibt es auch menschen die wirklich die die lustigsten und die wirklich schon die spannendsten dinge hier einfach auch sage ich mal in die waagschale schmeißen und die sind dann auch aus meiner sicht diejenigen die das ganze halt dann leider gottes in dieses licht bringen weil man halt dann nur mehr auf die hinschaut auf diejenigen die halt sagen ja es gibt eine innererde die sagen die die erde ist flach und lauter so dinge klar da werden wir dann ins lächerliche gezogen was aber auch wieder nicht heißen muss dass man automatisch alle so sieht das ist natürlich dann auch denen die hier berichten die in den medien viele viele verunglimpft und denunzieren natürlich auch freigestellt einfach wirklich alle menschen gleich in den gleichen topf zu schmeißen oder hier einfach auch zu differenzieren war es denn auch ein medienmann ein journalist eigentlich gut gut können müsste das ist denen eigentlich ihr kompetenzbereich das müssten die ein supergut können zu berichten zu beschreiben nicht ständig zu werten ständig dinge zuvor zu geben hier immer wieder autosuggestiv einfach hier vorzugeben menschen einfach was in den mund zu legen die sollten das eigentlich können hier wirklich wertfrei zu formulieren und zu berichten ja es ist doch einfach auch erkennbar und es ist sichtbar wenn man menschen sie solche mich und viele viele andere dass die einfach mit mit nazitum mit antisemitismus mit absoluten spinnereien einfach genauso wenig zu tun haben genauso wenig am hut haben wie zum beispiel eben der weihnachtsmann ähnlichkeiten hat mit dem riesen von lengau das ist also eh wurscht ob man den kennt oder nicht die haben einfach keine ähnlichkeiten und genauso ist es mit uns menschen die hier wirklich aufs leben schauen die hier einfach kritisch hinterfragen genauso ein saublöder vergleich uns permanent als rechtsradikale spinner abzustempeln das gebe ich jetzt einfach hier mal zurück liebe medien ihr seid dafür verantwortlich sofort oder so eine so eine vorgehensweise hier wirklich einreißen zu lassen oder eingerissen haben zu lassen dass man menschen die einfach ein bisschen kritisch sind sofort in diese narrative hinein schmeißt nazis rechtsradikal verrückt spinner verschwörungstheoretiker das ist kindergarten das ist kindergarten journalismus so hat man es vor 100 jahren den kleinen kindern gelernt aber wahrscheinlich eben auch euch wissentlich früher das ist kindergarten journalismus das hat wirklich mit objektiver mit objektiven schon mal journalismus mit objektiver berichterstattung so war nichts zu tun nichts 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 ja ja eins muss ich euch ja zugute halten liebe medien ihr sagt denen ich dass alle nazis sind es hat zehn die sind alle nazis diesen alle rechtsradikal habe ich noch nirgends gelesen aber ihr schreibt es halt so dass diese menschen immer in diesen lagern zu finden sind in der nazis in der rechtsradikalen szene zu finden sind in der verschwörungstheorie szene zu finden sind ich habe sogar schon gelesen die die eva hermann und der bob der andreas bob auch die wir hatten mittlerweile beschuldigt dass sie hier ein recht ein rechtes lager aufziehen hallo leute was ist denn los mit euch könnt ihr denn überhaupt nicht mehr hier ein bisschen objektiv mit gefühl denken wo habt ihr eure menschlichkeit gelassen nur mehr des geldes willen der macht willen menschen zu den und ziehen schlecht zu machen sie ins feuer zu schmeißen grauslich wirklich grausig ja und dann wundert sich die medien und die konsumenten dieser medien wenn dann mal gesagt wird der mainstream manipuliert ja man vor dem abgesehen dieses iso natürlich wird manipuliert so oder so man kann positiv manipulieren man kann negativ manipulieren und das wäre an und für sich ja eigentlich auch die verantwortung der medien zu wissen dass ihre meinung hier natürlich manipulativ ist ja und deswegen sollte man hier so unglaublich sorgsam einfach damit umgehen aber nicht ebenso indem man einfach automatisch immer alle was 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 du zu korona art bist der meinung dass man hier vielleicht ein bisschen differenziertere maßnahmen setzt du bist ein korona leugner das geht es einfach nicht so geht es nicht das machen dreijährige kinder im kindergarten so die können es noch nicht anders die haben nur die meinung die kenne die meinung von mann von der mama und papa aber die können nicht differenzieren bitte differenziert wieder was soll das ganze ja es wird einfach zeit es wird einfach zeit ja es wird nicht mehr ganz es wird nicht einfach beschrieben sondern am beispiel wenn man es zum beispiel so sagt ja da waren drei menschen und die haben auf einer demo gesagt dass sie befürchten dass viele unliebsame gesetze während der korona zeit umgesetzt wird das könnte man so berichten menschen sagen das so wir befürchten dass während der korona zeit gewisse gesetze einfach mal so durchgewunken werden das könnte man so schreiben und sagt gibt menschen die befürchten was aha ist ja interessant und wenn die politiker sagen da gibt es da gibt es menschen die befürchten was und das können wir uns kümmern die fragen wir mal warum sie sich fürchten nein so passiert es nicht ja da sagen menschen was dass sie was befürchten und wie steht es dann in der zeitung wie steht es dann eben drinnen verschwörungstheoretiker da waren verschwörungstheoretiker mit rechte gesinnung verbreiteten krude ideen über eine neue weltordnung und an der spitze dieser neuen weltordnung befindet sich bill geht's so passiert ja ich gebe den medien aber auch wieder recht natürlich passiert auch so es gibt auch menschen die sagen auch nur mehr so aus der pistole geschossen ja der bill geht's macht es die neue weltordnung kommt sowieso und dieses und jenes die hinterfragen auch nichts mehr die plappern auch alles nach die sind für mich auch nicht differenziert es sind für mich auch nicht besorgt sondern das sind für mich auch menschen die einfach alles nach plappern die offensichtlich ganz viel in ihrem leben kompensieren müssen und dann sich einfach auf die gegenseite hauen nur um hier einfach auch eine gewisse macht zu haben leider gottes sind es dann halt genau die auf die halt dann die ganze zeit geschaut wird doch die meisten sind ganz normale vernünftige herzensgute menschen in den meisten fällen die sich einfach sorgen machen die einen gewissen ausverstand haben und sagen hoppala was passiert denn da geht das ist das überhaupt rechtskonform hallo ich fühle mich nicht wohl jetzt einfach mal plötzlich aus nichtigen gründen eingesperrt zu werden darf ich das hinterfragen solche leute sind das und schwuppdiwupp werden wir sofort wieder in diese tonne geschmissen rechtsradikaler nazi verschwörungstheoretiker und vom weg abgekommener ex prominenter so ist es einfach ich habe gerade mit einer kollegin auch gesprochen die mir einfach auch sagt dass eben in den medien gerade wieder die demo die immer am ersten august also morgen oder heute gestern je nachdem ich gar nicht das video rausbringen dass eben die demo vom ersten august genauso dass sie auch genauso wieder verbreitet wird eine horde von verschwörungstheoretikern von corona leugnern von nazis und so weiter die sich hier in berlin treffen wird auch genau wieder dieses nahe diese narrative werden hier verwendet eine horde von nazis rechtsradikalen verschwörungstheoretik es ist wirklich so furchtbar und natürlich hat man hier wieder limitiert auf 10.000 menschen natürlich ist zu befürchten von deren seite dass es um ein vielfaches mehr wären vielleicht aber auch sind weil so wenig sind wir einfach auch nicht mehr ja dass dies bei anderen demonstrationen egal war wie viele menschen sich da getummelt haben wie viel abstand die da zueinander gehalten haben das wissen wir auch es wird offensichtlich auch mit zwei verschiedener maß gemessen ja da darf man sich nicht wundern wenn man wenn es dann wenn dann menschen aufstehen und sagen hoppala das stimmt doch was nicht ja ich kann euch nur sagen liebe leute ihr da oben wo auch immer ich traume von mir zu behaupten ich bin überzeugt ich weiß es ist einfach so ich bin menschenfreund ich bin absoluter menschenfreund seit über 30 jahren arbeite ich mit menschen in schwierigsten situationen ja egal ob diese keine arbeit hatten ob die ein suchtproblem oder hatten oder als junge erwachsene den start einfach ins berufsleben nicht gekriegt haben ich habe diese menschen unterstützt ich war für diese menschen da unvoreingenommen verdammt natürlich verdiene ich mein geld damit verdiene mein geld damit so dass ich halt halbwegs leben kann davon aber ich bezeichne mich als absoluten menschenfreund ich bezeichne mich nicht als gut menschen denn gut menschen sind meiner meinung nach die jenen die weniger auf die realität schauen die weniger schauen auf das was ist wirklich sondern die haben halt dann so ideologien wie eben ja wir haben platz für alle menschen wir öffnen unsere türen für alle menschen die können nicht unterscheiden zwischen natürlich ist es schön sein herz für alle menschen zu öffnen aber natürlich muss ich auch schauen habe ich auch für alle menschen platz in dem gebiet wo ich bin ja ich kann leicht mal sagen ich höffne ein herz für alle menschen habe auch schon eine therapeutin gehört die gesagt hat man muss müssen sie aber aufpassen wenn sie immer ihr herzen für alle offen haben dass sie sich keinen herzinfarkt holen sie hatte recht man muss darauf achten man ist nicht für alle da das geht nicht man hat gewisse kapazitäten die soll man nützen aber ich kann nicht sagen ich bin eine never ending story immer für alles und für jenes das sind für mich die menschen die sogenannten gut menschen die hier einfach keine grenzen kennen und sich selber grenzenlos ausufernd einfach auch exponieren und irgendwann einmal auch ein burnout abfangen und dann aber nicht bei sich selber nachschauen dass sie die ursache ihres eigenen leidens sind sondern dann wieder mit dem finger auf andere zeigt sagen die sind es die sind schuld die sind schuld die nazis die antisemiten und die und die und die so läuft es leider das ist schlimm das ist schlimm ja es gibt auch studien die einfach auch bezeichnen die auch zeigen dass gerade die menschen die sich als absolute menschenfreunde ja als diejenigen bezeichnen die die rohe nazis war furchtbar grausam alles weg damit die wurden getestet und gerade bei denen hat man charakterzüge festgestellt die man sich nicht vorher dachte also man muss einfach auch immer ziemlich aufpassen was wer sagt ihr könnt das natürlich auch sagen du hast auch gesagt du bist der menschenfreund bist es vielleicht gar nicht ja vielleicht nein leute ich weiß wirklich was ich in meinem leben bisher gemacht habe und ich bin alles andere als rechts radikal ich bin auch nicht links radikal ich bin ein mensch der auf die situation schaut der auf situationen reagiert und schaut das menschenbeste daraus zu machen das ist mir so wurscht das links oder rechts ist es sind ja auch nur bezeichnungen die gehören einfach weg ja meine lieben so ist das ganze was können wir einfach auch damit tun wozu was soll es uns bringen es ist einfach ganz ganz wichtig hier einfach dessen bewusst sich zu sein dass hier menschen einfach auch dahinter stecken die die hier nicht mehr differenzieren die überhaupt nicht mehr differenzieren wir dürfen uns von denen nicht fangen lassen und nicht eben auf die selbe stufe steigen und dann einfach zurückkämpfen und uns dann wirklich auch wie eben gewalttetige verhalten oder sonst irgendwie was sondern wirklich bei uns zu bleiben differenziert zu bleiben sich nicht in die linke oder rechte ecke drängen zu lassen sondern als mensch der eigentlich zentriert ist in seiner mitte ist und aus dieser mitte raus agiert und reagiert immer genauso wie es halt einfach im augenblick wichtig ist aber wir müssen einfach mal aufstehen und sagen ich habe es satt ich habe es satt permanent in die ecke von rechtsradikalismus von antisemitismus von verschwörungstheoretikern von diesen und jenen geschmissen werden ich möchte differenzierung ich möchte meine meinung sagen dürfen ohne sofort abgeurteilt zu werden ich möchte gehört werden ich möchte auch andere hören ich möchte dass wir uns an tische setzen miteinander ins gespräch kommen miteinander reden so schaut es einfach aus meine lieben und das ist jetzt genug das zum thema es reicht alles liebe von mir aus geo geo leben tv lasst mir einen oder mehrere taumen hochtag schreiben vor allem auch eure meinung in die kommentare und schaut auf meine homeseite bewusst gesund bei geo bewusst gesund geosigst lebensmut.at wird hier natürlich eingeblendet schaut drauf alles liebe von meiner seite wir sehen uns beim nächsten video aber das war die jungen zu sehen uns beim nächsten Mal